Jo! Hallo! Achso, das Mädchen! Ich habe nur einen kleinen Bruder gesehen. Da hat er das, glaube ich. Oh, äh, oh! Oh, ja. Der Dummerchen hat meine Hand rausgeriebt, aber hat es nie wieder zurückgebracht. Sein Gehirn muss mal angebrannt sein. Also bei beiden, ähm, das ist eigentlich ne, Herz ist auf dem Kopf. Also, tschau. Was macht sie? Sie ist sehr warm. Aber etwas streng zu fühlen. Wie komme ich denn da runter? Uh, leichte runter. Und dann aus Reflex habe ich dann dein T-Shirt umgegeben. Und dann auch tschüss. Ja. Das ist, äh, das hat bestimmt nicht gesagt. Komm ich denn da jetzt runter? Ja. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich selber auswählen, wenn ich speichere? Also, ist voll gemein. Gut, hab ich so viele Speicherplätze, wenn ich, wenn ich, wenn ich, es ist dunkel. Freut mich, was da drin ist. Ja, Explore. So, da hallo. Es ist zu dark. Es ist okay. Just a minute. Wir werden warten. Okay. Okay. Verlaufen wieder mal. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es ist jetzt kalt. To be honest, I don't know what could be in there. Warum geht es vielleicht noch nicht? Vielleicht ist es ja auch. Wie ist denn drauf? Ist das wirklich ein, äh, ein, äh, wie heißt denn das? An den Bäumen dieses, dieses Loch. Okay, es wird jetzt ziemlich, ziemlich kalt. Hui, wie süß. Hi. Oh, schwer verletzt. Snowbloke. Bist du gerade mit meinem Iglo rumgelaufen? Wieso? Oh, ich weiß es nicht. Oh, egal. Ist ängstlich. Äh, wie hast du dich denn so krass verletzt? Äh, es gab einen schrecklichen, also, also vor ein paar Tagen war ein schreckliches Erdbeben. Und dann gab es, äh, ganz schön schwere Schneepass. Ich habe mir einen Arm gebrochen und ein Bein in dem Gesaß. Äh, und mein Rücken tut auch noch weh. Und, und, na, na, Hatschi! Und eine schlechte Ergänzung. Das ist echt schlecht. So nett. Nein. Hier gibt es ganz schön oft Erdbeben. Und wenn, und danach folgt immer ein ganz schöner Schneesturm. Hm, ich habe geplant, umzuziehen. Äh, ah, ich habe geplant, umzuziehen. Sahil, in dem, äh, in das Schloss. Also, das Schloss da ist fake? Nein. Sie sagen was nicht. Ich bin mir sicher, dass das Schloss da hinten ist. Ist nicht, ist nicht, ist ganz nett. Dankeschön. Ich werde da hin umziehen, wenn es mit mir geht. Alles klar. Bitte nun das als Geschenk. Aha. Uh, ich habe einen Stern erhalten. Sie ist immer schön nett sein. Ich bin just kidding. Also, ja, das ist. Haben wir gefragt? Einfach mal mit der Reden? Oder wundern wir das Ganze? Er sieht glücklich aus. Dann gehe ich mal wieder rein. Und dann bin ich gekommen? Wahrscheinlich komme ich auf den Weg auch wieder zurück. Achso, aber dann denke ich, kann ich nicht mehr zurückkommen. Ja, aber ich habe komplett persönlich, oder? Dann gehöre ich. Ich mache schon jetzt kein Gehnerhaus. Ich bin da da. Gab es da irgendwas Interessantes? Ein Schneemann mit einer blauen Nase. Und ein kleines Video. Wirklich? Ich lüge nicht. Ich habe noch nie Schnee, deswegen. Oh, das stimmt. Das hat schon seit ein paar Jahrzehnten draußen nicht mehr geschmeckt. Das ist immer so bewölkt. Und manchmal so nebelig. Oder es regnet. Nichts anderes. Meine Mama hat mir mal eine Schneekugel. Schneekugel gegeben. Das ist irgendwas man so rüttelt. Wie sieht denn das echte Schnee aus? Es ist weiß und kalt. Und wenn du es dir näher anschaust, dann hat jede einzelne Schneeblock eine wunderschöne Kontur. Wie kleine Kristallen. Ich wünschte, ich könnte das nehmen. Ich bin mir sicher, dass du wirst, eines Tages die Schöpfe zu haben. Ich bin mir sicher, du wirst es. Ein bisschen traurig. Oh, ich habe ganz viele Sternen schon. Das war jetzt genau wie du gesagt. Drei. Aber. Der freut sich. Aber. Ich warte auf gute Neuigkeiten. Hier aufgeben. Okay. Okay. Ich glaube, du holst dich. Wir holen dich noch mit dem Glatt. Da kann ich nicht irgendwas machen. Was soll ich denn? I don't know. Du gehörst du mit dem Glatt. Was soll ich denn mit der Schere machen? Ich will irgendwas zu schneiden. Was könnte ich denn hier noch tun? 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 Hm, fliegende Origami vor, ich finde. Hüü. Bist du auch ein Traumender? Nein. Ich bin ein Schäfer. Schäfer rund. Wie leid. Hierzu. Wow, ich kann dich sehen. Natürlich. Weil deine Augen auch sehen können, nicht so wie meine. Oh, der ist blind. Guten Abend. Oh, guten Abend. Es ist schon lange her. Wir nehmen uns vielleicht mal die Beben an. Ach so. Mensch, wie gut. Es sollte das erste Mal sein, wie wir uns sehen, oder? Du warst viel süscher, als du kleiner warst. Ich mache uns selbst. Nun, welches Kind? Sie scheint schüchtern zu sein. Übrigens, hast du meinen Hund gesehen? Du hast einen Hund? Seit Jahren. Aber er rennt gerne weg. Kannst du eh für mich suchen gehen? Klar. Dankeschön. Sayio. Jetzt habe ich jeden Schaff an. Hm. Ich bin so fleißig. Ja, das könnte ich dir noch. Aber jetzt habe ich ja niemandem geholfen im Grunde. Ich muss doch irgendwas tun können, dass ich allen noch helfen kann. Oh, nein. Hm. 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 Jo. Solltest noch die Hand haben von deiner Tüste, ne? Oh, mein Weinen, wenn ich deine Augen schmelze. Ey, deine Sis weint gar nicht so viel wie du. Na, stimmt, meine Sis. Oh, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Meine Schwester hat ihre linke Hand hier vergessen und ich verließ die ganze Zeit, sie zurück zu dir. Könntest du uns bitte für mich tun? Sorry, ich kann nur vergessen, sie zu stehen. Oh, great. Take it. Yay. I got a candle hand. A left hand. She's crazy. Ich geb's jetzt mit bei Sis hier. Machen wir doch das jetzt mal. Zumal das das Einzige ist, was ich mal tun kann. Das ist wieder die Gans. Das ist unsere Gehaltung. Ich erkenne halt nur ein Wuster. Ich auch. Ah, meine Hand. Kann ich sie zurückhaben? Natürlich. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht schön. Ich bin ein Wuster. Ich kann sie jetzt mal. Ich记te ihn nicht so gut auf. Das geht. Ich will nicht so gut auf. Ah, ein Stern. Warte, was ist da? In einer, ich weiß nicht. Warte, das ist die Max-Sterne. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt habe ich vier Stern, jetzt will ich noch ein Stern. Ich komme wieder rein. Ja, anscheinend. Wie lange ist. Warte, ein Moment. Ich weiß nicht, das ist so viel mehr. Ich gehe jetzt noch zurück. Ich weiß nicht, wenn es verbringt. Oh, da war ich nicht rein. Ja, so muss ich das auswählen. Äh, das ist auch ein Block. Also, kann man eher. Das ist auch warm. Ach so, jetzt habe ich es. Ah, langsam kapiere ich, wie ich diese speichern muss. Oh, jetzt habe ich es schon wieder. Das ist aber, komm, du bist da irgendwo. Ich bin da. Ich bin da jetzt. Ich bin da nicht. Äh, nicht. Hey. Super, du bist mir. Ja, wir sind wieder zurück. Juhu. Juhu. Jetzt hat sie wieder gegirrt. Juhu. Jetzt hat sie wieder gegirrt. Juhu. Juhu. Jetzt hat sie wieder gegirrt. Ich habe meine Hand wieder zurück bekommen. Juhu. 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 Oh, ich fühl sich immer so happy süss wiegrollen. Was? Dann werde ich selber wie mein zweiter Cousin von meiner Mutter aus. Und immerhin, wenn mir Kopf füllt. Ich kann einfach diese Katzenfamilie nicht kapieren. Dann krieg ich nichts als Belohnung. Aber, aber, aber... Nein. Aber wie kann ich nur... Das ist nicht so schwer, das ist das não. Das ist nicht so schwer, das ist also nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Was hat man hierher gemacht? Ich bin für jeden. Ich bin für jeden, was wir hierher machen. Ich zicke das. Oh, die Bäckerei hat kaum besucht. Jetzt habe ich genug gehört. Dann bin ich einmal auf Twitch-Stream. Vielleicht möchte ich mich vertrauen. Jetzt bin ich von meinem Leben. Weißt du, was ist? Ich habe noch nie erlebt, dass ich noch Fotos gekriegt habe. Ich habe noch nie erlebt, dass ich noch Fotos gekriegt habe. Wie war das so groß? Willst du nicht mit Frauenrechten online gehen? Äh, so wird keine Rechte hin. Ich... Ich habe ganz viele Fuchen heute, so viel sieben Tag. Ich warte auf den Hund. Ich schaute nach. Ja... Sie verkochen gar nichts. Aber sie backen weiterhin schön ihre Kuchen. Auch wenn ihr nichts verkauft habt. Aber... Bitte, please. Aber das kann ich nicht machen. Ich werde den hier einfach selber machen. Komm, ich bin nicht klar. Ach! Du bekämpfst mich für meine Rechte. Ja... Ich... Ich weiß... Ok... Ich bin auch nicht so gut. Es gibt wenig Füße. Ich blatschlich geselujahtteste, Ich bin kaum recht, wie es da ist... Aber... Ähm... Weitere. Nette gesagt. Also, ich hab keine Ahnung mehr, was wir noch zerschneiden können. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie scharf zerschneiden wollen. I don't know. Also, nicht zerschneiden halt. Also... Ich hab keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob ich die Schere machen soll. Ich geh jetzt also weiter. I can go back, I know. Are you ready to proceed? Yes. So, wir sind da. Ich muss noch dahin gehen, richtig? Yes. Okay, dann, das werde ich wohl selber ausschaffen. Also, tschüssi. Okay, viel Glück. Keep going. Just like this. Äh, warte mal. Das ist jetzt blind. Blind, blind, blind. Ich denke, ich kann niemals... Was für Fische? Verschmelzungsweilworte. Ey. Ist das der Traumbrief? Ich weiß nicht. Ich schätze, ich kann niemals... Verschmelzen in dein Traum? In dein Traumwelt. Keep going. Und dann wache auf. Und geh zurück zu dieser blöden Realität. Äh... Wiederhole dich in jedem Tag, werde alt. Also, wachse, werde alt und sterbe dann irgendwann. Ganz schön depressiv. Nichts wird sich verändern. Oh. Bin drauf gewassen. Hm, ich glaube, ich hatte einen Traum. Ich kann mich nicht mal an alles erinnern. Oder überhaupt an irgendwas. Vergiss es erstmal nur im Traum. Morgen werde ich besser zum Doktor gehen. Ich brauche keine Träume. Davor. Bad and 2. Unwilling to recollect. Also, unfähig wieder zu sammeln. Einzusammeln. Bad and 2. Uh. Aber diesmal gibt es hier eine schöne Linie. Credits. Äh... Diesmal gibt es immer nur Credits. Okay, wir gehen ja richtig, ähm... Wir gehen ja richtig chronologisch hier voran. Bad and 1. Bad and 2. Was muss ich tun für Bad and 3? Oh, das scheint die alte Traumwelt zu sein. Die ich leider nicht mehr gesehen habe. He... 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 Struktoriert, sehr schön. Könnt sie verbringen. Ähm... Ich bin mal gleich wieder da. He... Oh, Good night. He... 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 He...